Er verkörperte Toni Erdmann und noch viel mehr, der deutschsprachige Film und das Theater werden den Verlust eines der vielseitigsten Schauspieler mit dem Tod von Peter Simonischig spüren. Der 76-Jährige verstarb in der Nacht zum Dienstag. Das Wiener Burgtheater gab am Dienstagmorgen den Tod des Schauspielers Peter Simonischig bekannt. Simonischig verstarb in der Nacht zum Dienstag im Kreise seiner Familie in Wien. Er wurde 76 Jahre alt. Die Information wurde auch von Simonischigs Management in Berlin gegenüber RBB24 bestätigt. Peter Simonischig war einer der profiliertesten und bekanntesten Darsteller im deutschsprachigen Raum. Von 1979 bis 1999 war er Mitglied des Ensembles der Berliner Schaubühne. Seit 2004 gehörte er der Berliner Akademie der Künste an. Besonders bekannt wurde er durch seine Rolle in Mahnades Film Toni Erdmann, in dem er 2016 den Vater der Hauptfigur spielte. Für diese Leistung erhielt Peter Simonischig den Europäischen Filmpreis als bester Darsteller. Geboren wurde Peter Simonischig am 6. August 1946 in Graz. Nach dem Abbruch seines Architekturstudiums und einer ebenfalls abgebrochenen Zahntechnikerlehre nahm er Schauspielunterricht an der Akademie für Musik und Darstellen der Kunst in seiner Geburt statt. Sein Vater, ein Zahnarzt, hatte den Sohn zu einer Hamlet-Aufführung in Graz mitgenommen. Nach diesem Hamlet war ich verloren, sagte Simonischig anlässlich seines 75. Geburtstags der Deutschen Presseagentur. Nach ersten Engagements an Theatern in Graz, St. Gallen, Bern, Darmstadt und Düsseldorf führte ihn sein Weg zur Berliner Schaubühne. In den 20 Jahren dort hinterließ Simonischig große Spuren und arbeitete unter anderem mit Peter Stein, Andrea Bred und Lück Bondi zusammen. Er beherrschte schwere Dramen genauso wie leichte Komödien. Die Jahre in Deutschland empfand er als besonders bereichernd, wie er später sagte, wenn sie fremd sind, strengen sie sich mehr an. Im Ausland wird der Turbo gezündet. Im Jahr 1999 verließ er Berlin, um ans Wiener Burgtheater zu wechseln. Dort wurde er zunächst zum Kammerschauspieler ernannt und später, im Jahr 2019, zum Ehrenmitglied, eine herausragende Anerkennung seines Könnens. Bei den Salzburger Festspielen verkörperte er von 2002 bis 2009 den Jedermann. Mehr als einhundertmal, öfter als jeder andere, spielte er den reichen Mann, der vom Tod langsam aber sicher geholt wird. Zuschauer im deutschsprachigen Raum kannten Peter Simonischeks Figuren aber vor allem durch seine langjährige Karriere im Film und Fernsehen. Er glänzte in der eindringlichen Heimatsaga Hier Onkel 2003 als Schwerenöter Die Welt der Wunderlichs 2016 und auch als Sohn eines NS-Kriegsverbrechers, Der Dolmetscher 201. Am bekanntesten wurde er jedoch mit der bewegenden Vater-Tochter-Geschichte, Tony Erdmann, an der Seite von Sandra Hüller. Der Film war 2017 für den Oscar als bester internationaler Film nominiert. In der Rolle kämpft Simonischek verzweifelt um die Liebe seiner Tochter, während er falsche Zähne und eine Perücke trägt. Ein Jahr später erhielt Peter Simonischek den deutschen Schauspielpreis für sein Lebenswerk. Ich bin so dankbar, dass ich das tun kann, was ich liebe, sagte Simonischek damals der deutsche Presseagentur. Eine seiner letzten Rollen als äußerst vielseitiger Künstler war die eines Professors im Film Der vermessene Mensch, der mit seinen rassistischen Lehren den deutschen Völkermord an den Hereros und Nama rechtfertigt. Mit Peter Simonischek verliert das Burgtheater jedoch nicht nur einen liebevollen und fürsorglichen Kollegen, sondern auch einen Freund, einen Herzensmenschen und eine herausragende Persönlichkeit. Er hat Stellung bezogen, sich für die Themen seiner Zeit interessiert und für seine Meinung eingestanden, würdigte die Theaterleitung den Verstorbenen am Dienstag. Der österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen bezeichnete Simonischek auf Twitter als Künstler, der sich in jeder Verwandlung treu blieb. Peter Simonischek hinterlässt seine Ehefrau und drei Söhne, darunter den Schauspieler Max Simonischek. Martin Kusek, Intendant des Burgtheaters, kündigte am Dienstag an, dass er sich mit einer besonderen Trauerfeier von Peter Simonischek verabschieden möchte. greens simplen tillutar produzieren, das dort auf FX² steht am Dienstag an. Vielen Dank.